Kompatibilitätsregistrierung abgeschlossen. Brauchbarkeitsbewertung des Nanokatalysators abgeschlossen. 100 Prozent. Tumdusperkulation installiert. Alle Systeme online. Einsatzbereit. Tumdusperkulation installiert. Okay, sind perfekt mit uns. Und jetzt bewegen wir um Marine. Wir machen einen Spazier bei den Kahn. Spazier bei den Kahn. Special Operations Group? Sie waren bei der CIA? Warum haben Sie mir nichts... Ihnen sagen? So, jetzt mal halt da drin. Aber ich hätte Ihnen helfen können. Ja, klar. Sie wollen helfen? Dann helfen Sie mir, diesen Kerl zu finden, wenn Sie so sicher sind, dass er der Schlüssel ist. Der Anzug ist es. Alcatraz und der Anzug. Beides zusammen. Das ist die Waffe. Ja. Geno? Irgendwas? Nichts, Ma'am. Durchsuchung beendet. Wir arbeiten uns entlang der Küste zurück. Ich glaube nicht, dass wir... Da! Das ist sein Signal. Das ist er! Zurück zu den Fahrzeugen! Wir haben ihn! Hier drüben! Hier lang! Hierher! Au Ich dachte Sie wären auf dem Grund des Flusses! So, bye bye, Hargweef! Jetzt sind wir wohl auf uns gestohlt! Schön Sie zu sehen Mann! Dann... Hören Sie, ich hab mir überlegt, dass Sie vielleicht... Später, Professor. Halten Sie die Vorlesung unterwegs. Hier entlang. Los! Erreiche die Self-Struktur am Central Park. Steige auf das Fahrzeug. Alcatraz. Mann, Sie haben es geschafft. Alcatraz, es geht um dieses Stück aus Profits Gedächtnis. Wie es aussieht, liegt die Basis der Self direkt unter dem Wasserspeicher im Central Park und Profit war drin. Dort ist die Hauptregulierung der Sporen. Dort wird alles ausgelöst. Wenn wir Sie und den Anzug da reinkriegen, haben wir eine Chance, die gesamte Invasion zu stoppen. Aber wir müssen... Das ist der Kanal, Mann. Legen Sie los. Colonel Barclay, hier ist Lieutenant Tyra Strickland, im Auftrag der Special Operations Group. Wir sind unterwegs zum Central Park mit einer Waffe, die den Self-Angriff stoppen kann. Wir verfügen Dark Cell über Transportmittel, aber wir brauchen Luftunterstützung. Können Sie uns unterstützen? Miss Strickland, hier Sparkly. Hören Sie gut zu. Ich hatte gerade einen Streit mit dem Händlerkopf. Sie sollen ein Tankesstruktur erst meinen Kopf auf meinen Händen abwerfen. Wahnsinn, die Stadt ist immer noch voller Menschen und Brooklyn, Jersey, der Fall aus. Sie können das nicht überleben. Das werden Sie, Miss Strickland. Sie betrachten das als notwendiges Opfer, um die Self aufzuhalten. Und ich habe leider keine guten Alternativen. Sie haben jetzt nur wenig Zeit, um zu tun, was immer Sie vorhaben. Danach. Verstehen Sie, Miss Strickland? Negativ, Sir. Professor Gould hat mich überzeugt, dass wir eine Chance haben. Aber wir müssen jetzt handeln. Ich wiederhole, können Sie uns unterstützen? Kontakt! Feuer frei! Aufmerksamkeit! Halt Sie, von allem kann ich mal sehen, was ich tun kann. Der Feuerwehrschuss. Wir haben Läufer. Neun Uhr! Wir haben Läufer. Neun Uhr! Verdammt, wir sind direkt von hier. Sie sind überall! Peter, direkt vorraus! Wir haben Läufer. Was ist das? Oh, scheiße! Halt Sie, Mann! Los! Alcatraz! Alcatraz, kommen! Gefahr! Wo ist dein Signal? Gefahr! Gefahr! Gefahr aktiviert! Alcatraz, falls Sie mich hören, ich aktiviere jetzt unser GPS-Signal. Suchen Sie sich eine erhöhte Position und verfolgen Sie unser Signal. Wir sitzen fest. Die SEF kommt überall aus dem Gebäck. Ich versuche, Barclay zu erreichen. Ketten Sie durch das Gebäude und stoße wieder zum Team. Taktische Optionen versuchbar. Das war's. 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 Das war's.